Willkommen bei Behind Innovation, ein Podcast von Rode und Schwarz. Unsere Ideen haben Technikgeschichte geschrieben. Unsere Innovationen gestalten die Zukunft. Darum geht es in diesem Podcast. Mein Name ist Markus Haller. Schön, dass Sie mit dabei sind. Etwa 9 Milliarden Mobilfunkanschlüsse gibt es auf der Welt. Und das ist mehr, als es Menschen gibt. Und dass das alles technisch funktioniert, ist schon eine beeindruckende Leistung. Wir können mit Leuten am anderen Ende der Welt telefonieren. Und das Einzige, was wir dafür brauchen, ist ein handelsübliches Smartphone, Netzabdeckung und ein bisschen Akkuleistung. Aber wer gibt sich heute schon mit Telefonieren allein zufrieden? Datenübertragung ist längst viel wichtiger. Zum Beispiel zum Videostreamen oder zum Onlineshoppen. Und weil wir kaum noch darüber nachdenken, was bei einem Videocall alles im Hintergrund abläuft, habe ich heute zwei Experten zu Gast, die den Mobilfunk in- und auswendig kennen. Heinz Mellein und Rainer Stuhlfaut, zwei Technologie-Manager bei Rode und Schwarz. Und mit den beiden gehen wir jetzt auf eine kleine Zeitreise und schauen uns die erstaunliche Entwicklung des Mobilfunks an und was wir in Zukunft von 5G und 6G noch erwarten können. Herzlich Willkommen Rainer Stuhlfaut. Hallo. Und herzlich Willkommen Heinz Mellein. Ja, hallo. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich unsere beiden Gäste noch ein bisschen näher vorstellen. Sie sind beide Technologie-Manager für Wireless bei Rode und Schwarz. Und unter Wireless versteht man jetzt erstmal viele verschiedene Methoden der drahtlosen Kommunikation. Und sie beide haben sich da auf den Mobilfunk spezialisiert, beziehungsweise sie beackern den Mobilfunk. Und das bedeutet einerseits beobachten sie, was tut sich im Mobilfunk. Ein bisschen passiv sozusagen. Auf der anderen Seite sind sie auch ganz aktiv, wenn es darum geht, den mitzugestalten in den entsprechenden Gremien. Das ist aber jetzt nicht das Einzige, was sie beide miteinander verbindet. Sie teilen auch gerne ihr Wissen. Entweder als Trainer oder auf Fachkonferenzen oder auch in Fachpublikationen. Zum Beispiel ist Heinz Mellein Mitautor von dem ersten Buch, das über Mobilfunk von Rode und Schwarz geschrieben wurde. Und Rainer Stuhlfaut ist Mitautor vom aktuellen 5G-Buch. Und die letzte Gemeinsamkeit, zumindest die, die ich finden konnte, ist der Buchstabe K. Das ist nämlich der Anfangsbuchstabe der Universität, wo sie studiert haben. Rainer Stuhlfaut an der TU Kaiserslautern und Heinz Mellein, Sie haben in Karlsruhe studiert, richtig? Genau, so ist es. Und wie lange sind Sie beide schon im Mobilfunk dabei? Also ich bin tatsächlich vom ersten Tag mit dabei gewesen. Das ist mein großes Lebensglück, will ich es im Nachhinein bezeichnen. Ich bin von der Uni gekommen 1990, zu Rode und Schwarz und wurde eingestellt, eben für ein mobilfunkspezifisches Thema. War damals noch nicht abzusehen, was daraus alles wird. Aber letztendlich kann ich sagen, ich bin ein Mann der ersten Stunde im digitalen Mobilfunk. Seit 1990. Und Herr Stuhlfaut? Ja, ich sage auch immer, beispielsweise auf meinen Lebenslauf hinweg, dass ich in meinen 20ern war, als 2G, 30er, jetzt mit 5G in den 50ern. Das heißt, ich werde 6G noch aktiv mitgestalten und zum Leben erwecken. Und meine Hoffnung ist, dass ich dann bei 7G in den Ruhestand kommen werde. Jawohl. Und können Sie beide noch sagen, wie sind Sie eigentlich zum Mobilfunk gekommen? Ja, bei mir war es an der Universität. Ich bin als Student Ende der 80er Jahre angefangen und bin auch gleich in ein Projekt damals als Hilfswirtschaftler reingestiegen. Und das war das Spannende. Mein Professor hat erzählt, er ist in Europa in einem Projekt tätig, das es ermöglichen soll, mobil zu telefonieren und innerhalb Europas unter einer einzigen Rufnummer erreichbar zu sein. Das war so ein bisschen die Fiktion, die wir hatten, als Studenten daran mitzuarbeiten. Ich habe dann gewechselt in den 19er Jahren auch als Mann der ersten Stunde beim Netzbetreiber, allerdings von der anderen Perspektive, habe quasi die ersten Mobilfunknetze mit aufgebaut in Deutschland, mit optimiert und bin anschließend, um mein Wissen zu teilen, das war so ein Wunsch, in die Messtechnik gewechselt zu Rot und Schwarz als Trainer. Das heißt, ich habe dann Schulungen angeboten für eigene Leute, für eigene Mitarbeiter, aber auch für unsere Kunden, um denen auch unserer Messtechnik entsprechend weiterzuhelfen. Wie war es bei dir? Ja, im Prinzip war das ähnlich nahtlos vom Studium. Mein Studienschwerpunkt in Karlsruhe war tatsächlich die digitale Nachrichtentechnik, also Dinge, die damals noch relativ modern waren, wie digitale Modulationsverfahren, die dann ja letztendlich in diesem neuen Mobilfunkstandard eingesetzt wurden und das war sicherlich auch der Grund, warum Rot und Schwarz mich damals eingestellt hat, um eben mit diesen Kenntnissen oder damit ich meine Kenntnisse hier in diese Mobilfunkthematik mit einbringen kann. Und wenn man Sie beide so reden hört, da kommt schon die Freude auch am Mobilfunk rüber. Können Sie noch sagen, was begeistert Sie beide am Mobilfunk? Dabei gewesen zu sein, wie der Mobilfunk als vielleicht die erfolgreichste Technologie in der Menschheitsgeschichte die Welt erobert hat. Ja, während man damals zu Beginn der Zeit einfach nur davon geträumt hat, dass man überall telefonieren kann, mit einem mobilen Endgerät telefonieren kann, ist es ja heute so, dass man zwischenzeitlich praktisch alles machen kann, mobil von Bankgeschäften bis zu Pizza-Service anrufen und solche Geschichten oder Pizza bestellen, ist ja heute alles kein Problem mehr. Ja, ich könnte es jetzt salopp sagen mit dem Herrn Aristoteles, dass es mir seit 30 Jahren so geht, dass ich weiß, dass ich eigentlich nichts weiß. Das ist spannend, der Mobilfunk, diese ständige technische Evolution. Das heißt, bei Rot und Schwarz als Trainer habe ich gelernt, das war mein Schreckenshinter am Anfang, als ich angefangen habe, mein Chef damals gefragt, ja, wird es nicht irgendwann mal langweilig, wenn ich immer wieder das Gleiche erzählen muss? Und genau das habe ich gelernt, das ist nicht der Fall. Und jetzt gerade aktuell, ich hoffe, dass ich es nicht mehr erleben werde, diese Corona-Zeit, ja, aber es erfüllt mich auch in gewisser Maße mit Stolz, dass ich hier in einem Ökosystem mitarbeite, die es eben ermöglicht hat, die Menschheit diese Phase zu überbrücken, ja, die ganzen Videokonferenzen, die Kommunikation, ja. Stellt euch mal bitte vor, wie hätten wir Corona erlebt, ohne die Möglichkeiten der Kommunikation? Ja, das ist ein Punkt, das vergisst man schnell, wo der Mobilfunk überall drin steckt. Ja. Die Geräte, damit Leute Mobilfunk umsetzen können, damit Leute Mobilfunk-Endgeräte umsetzen können und bauen können, damit Leute Netze aufbauen können, ja. Diese Werkzeuge von der Versorgungsmesstechnik bis eben zur Entwicklungsmesstechnik, bis zur Zertifizierungsmesstechnik und so weiter, das sind die Dinge, die Rot und Schwarz beiträgt. Und man sieht schon, es sind hier sehr viele Messtechnik-Themen beteiligt. Und deswegen ist es auch notwendig, dass hier viele verschiedene Leute auch hier sich mit dem Thema im Haus beschäftigen, nicht nur auf technologischer Ebene, sondern ich glaube, im Haus sind sicherlich über tausend Mitarbeiter allein in dem Bereich Mobilfunk unterwegs. Dann gehen wir doch jetzt einmal in die Mobilfunk-Geschichte rein. Ihre persönlichen Bezüge und quasi Ihre persönliche Mobilfunk-Geschichte, die haben wir gehört. Die Mobilfunk-Geschichte von Rode und Schwarz fängt ja so ungefähr Mitte, Ende der 80er Jahre an, also der 1980er Jahre. Können Sie uns da einmal mit zurücknehmen, wie schaute die Mobilfunk-Landschaft damals eigentlich aus? Ja, das Problem war, dass es damals keine harmonisierte Mobilfunk-Landschaft international gab, sondern es gab in verschiedenen Industrienationen, wie Deutschland oder USA oder anderen europäischen Ländern zum Beispiel, gab es proprietäre, landesspezifische Mobilfunk-Systeme. In Deutschland hieß das damals zum Beispiel Netz C, das war also das letzte Mobilfunk-System, bevor dann eben dieser digitale Mobilfunk eingeführt wurde. In Nordeuropa war das das sogenannte NMT-System. Das waren eben Systeme, die waren nur funktionsfähig in dem jeweiligen Land und wenn man die Landesgrenze überschritten hat, dann konnte man mit dem Endgerät nichts mehr anfangen. Und dann war eben der politische Wille da in der Europäischen Union, dass man gesagt hat, wir würden das gerne harmonisieren, wir hätten gerne einen europaweiten, einen pan-europäischen Mobilfunk-Standard und hat dazu letztendlich auch eine Standardisierungsorganisation, die ETSI, die Europäische Telekommunikations-Standardisierungsinstitution, ins Leben gerufen, die dann, ich glaube das war 1988, die dann letztendlich auch verantwortlich war für die ersten Schritte Richtung eines pan-europäischen Mobilfunk-Standards. Was war das für ein Standard? Das war dann letztendlich der GSM-Standard und lustigerweise, heute versteht man ja unter GSM das Akronym oder dem Akronym GSM Global System for Mobile Communication. Historisch ist das nicht richtig oder die allererste Einführung dieser Abkürzung GSM war damals ein französischer Begriff, nämlich das GSM-Stand für Group Special Mobile, also die Spezial-Mobilfunk-Gruppe. Und das war dem geschuldet, dass diese Organisation, diese Standardisierungsorganisation, die hat ihren Sitz in Südfrankreich. Und damals eben innerhalb der ETSI wurde diese Gruppe, diese GSM-Gruppe gebildet und die war verantwortlich für die Entwicklung des GSM-Standards, so wie wir ihn dann eben heute kennen. Später, als das Ganze über Europa hinaus gewachsen ist, letztendlich als der GSM-Standard tatsächlich global wurde, hat man das später dann umgetauft, diese Abkürzung GSM in Global System for Mobile Communications. Aber tatsächlich hieß das mal Group Special Mobile. Das heißt, wir haben da mit dem GSM-Netz eine europäische Idee, eigentlich einen richtigen weltweiten Exportschlager. Genau. Das ist richtig formuliert. GSM oder der Mobilfunk ist tatsächlich eine europäische Erfindung in dem Sinn und ist auch wirklich ein riesen Exportschlager gewesen. Und jetzt ist ja eine große Frage. Wenn man sich das einmal vorstellt, ich überquere die Landesgrenze und muss mir eine neue SIM-Karte oder ein neues Handy kaufen, das ist ja heute undenkbar. Da hat sich also einiges getan. Und jetzt ist die große Frage, wie hat denn eigentlich die Industrie das geschafft, diese aufgeteilte Landschaft, wie hat man das so vereinheitlichen können? Da, denke ich, hat Rot und Schwarz wirklich einen sehr, sehr wichtigen Beitrag geleistet, weil Rot und Schwarz sich nämlich Anfang der 90er Jahre darauf eingelassen hat, letztendlich im Auftrag von europäischen Partnern, eine Zulassungsmesstechnik zu entwickeln. Die gab es damals in der Form überhaupt nicht. Und die Idee war von den Erfindern von GSM, dass man einen Simulator für Testzwecke entwickeln oder braucht, herstellen muss, mit dem man quasi ein Mobilfunknetz simulieren kann und mit dem man dann jedes einzelne Endgerät testen kann. Und so wurde letztendlich die Typprüfung oder die Typprüfungsprozedur definiert, die auf so einem Simulator dann umgesetzt werden musste. Und dafür hat sich Rot und Schwarz damals bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen, exklusiv für diese Mobilfunkindustrie in Europa und war auch in den ersten Jahren hier auch der einzige Anbieter eines solchen Systems. Und Rot und Schwarz hat quasi die Mutter aller Typprüfungssysteme für den Mobilfunk entwickelt und bereitgestellt. Und diese Zulassungsprozedur, diese Zertifizierungsmethodik, die ist bis heute gültig und sorgt bis heute dafür, dass alle Geräte weltweit kompatibel sind, egal von welchem Hersteller, in welchem Land, in welchem Frequenzbereich und so weiter und so weiter. Genau, vielleicht noch kurz als Ergänzung aus meiner Sicht. Wird leider manchmal ein bisschen auch vergessen heute mit der Evolution, aber das Thema Standardisierung, vielleicht für die Zuhörer, was heißt das in der Standardisierung? Zum Beispiel eine schöne Anekdote aus der politischen Seite her, in den Gremien heute, 3GPP zum Beispiel, da ist die sozusagen Standardisierung, heißt Konsensus getrieben. Das heißt, ein neues Feature wird dann integriert im Standard, wenn alle Beteiligten zustimmen. Das heißt, nicht demokratisch eine Mehrheitsentscheidung, sondern wie so schön im Englischen heißt, No Sustained Opposition. Das heißt, solange einer noch die Hand hebt und sagt, das passt mir noch nicht, dann wird weitergerät wird. Das heißt, wir verteilen sozusagen das Leid auf alle Schultern. Wir werden damit nie den perfekten Standard entwickeln, weil jeder sozusagen Kompromisse eingehen muss, aber umgekehrt das, was dann als Resultat dabei herauskommt, auch wenn es vielleicht nicht der schnellste Vorgehensweise ist. Aber das ist etwas, wo die Industrie, wo alle mitgehen können. Und das schafft dann eben auch den Markterfolg, dass sie sagen, okay, wir haben einen Standard, wo alle mitgehen, alle sind mit einverstanden und jetzt können wir Produkte entwickeln können, Services entwickeln, Nöse entwickeln. Und ohne was, wie Hans eben schön gesagt hat, das heißt, dieses Thema der Typzulassungsprüfung. Das heißt, wir helfen mit, dass eben aus Sicht des Endverbrauchers eben die Gewährleistung entsteht, das funktioniert. Das ist eigentlich nicht hoch genug einzuschätzen oder zu begrüßen, wenn man schaut. Ich war in 1998 beim ersten technischen Meeting für den dritten Mobilfunkstandard in Finnland. Ja, da waren wir 40 Leute. Zwischenzeitlich treffen sich bei diesen Standardisierungsgremien in der Spitze bis zu 1200 Leute im gleichen Hotel. Das ist mal eine Entwicklung. Und die, wie der Rainer schon sagte, und die finden tatsächlich einen Konsensus. Und das ist wirklich nicht hoch genug zu bewerten, weil das ist wirklich eine Riesenleistung. Nicht nur, wie gesagt, die technische Herausforderung, die gemeistert wird, sondern auch dieser Konsensus über Landesgrenzen, über Regionen, über Kontinente hinweg mit so vielen Beteiligten. Und jetzt haben sie mich aber mal neugierig gemacht, denn ich bin immer eher so davon ausgegangen, wenn es um Typ-Zulassungsprüfungen geht, das ist eine sehr technische Geschichte. Aber sie haben jetzt schön ausgeführt, ja, die Technik ist das eine und wollen wir uns gerne auch gleich noch ein bisschen angucken und da reingehen. Aber eine andere Facette ist, dass man alle Interessen von den verschiedenen Playern, die da unterwegs sind, irgendwie in einem Standardisierungsgremium unter einen Hut bekommt. Also das ist nicht nur reine Technik, das hat auch viel mit Interessensmanagement zu tun. Man hat mit Menschen zu tun, also eine ganz vielfältige Aufgabe, die da auf einen zukommt. Es gibt die schöne Anekdote, durch Corona-bedingt haben wir in den Gremien circa ein Jahr Zeitverlust. Dann gibt es die schöne Begründung, warum. Dann gibt es den Satz, wir haben die Kaffeepausen verpasst. Weil durch die ganzen elektronischen Meetings, das rein Menschliche, und wenn es jetzt eben noch Diskussionsbedarf ist, wie Hans eben gesagt hat, man ist mit tausend Leuten im gleichen Hotel. Wenn jetzt da mehrere Parteien noch Diskussionsbedarf haben, dann ist es manchmal ganz hilfreich, sich in den Pausenhof zurückzuziehen, eine Tasse Kaffee zu trinken und dann eben genau diesen Diskurs zu führen. Ein sehr plakatives Beispiel möchte ich hier erwähnen, ist das Notrufsystem. Auf der ganzen Welt können wir heute mit einem Handy, mit 112 den Notruf anrufen. Da steckt ja hinter diesem Notruf eine Infrastruktur. Das Handy telefoniert da nicht im freien Raum, sondern da hängt eine Infrastruktur dahinter. Und da hat sich wirklich die ganze Welt darauf geeinigt, dass man mit 112 eben schnell Hilfe bekommt. Und ich glaube, oder ich gehe davon aus, dass es sehr, sehr viele Notfälle gibt, jeden Tag auf der Welt, die von diesem Dienst Gebrauch machen und wo Menschen geholfen wird. Also da darf ich persönliche Anekdote erzählen. Da bin ich sehr dankbar für, dass das klappt. Denn vor ein paar Wochen hatte mein Sohn einen Fieberkrampf und da ruft man den Notarzt an. Da waren wir sehr froh, dass man nicht groß nachdenken musste oder über Netzabdeckung sich groß Gedanken machen musste. Ja, kommen wir nochmal zum GSM-Systemsimulator zurück. Ich hätte ja schon gesagt, ein bisschen in die Technik wollten wir auch noch reingehen. Was muss so ein Mobilfunkhersteller oder jetzt nehmen wir mal einen Endgerätehersteller, die Handymacher, was müssen die eigentlich so alles testen, damit so ein GSM-Standard funktioniert? Ja, wie ich das vorhin schon angedeutet habe, die Idee war, dass während man den Standard entwickelt hat in den Ende der 80er Jahre, hat man schon sich Gedanken gemacht, wie kann man das sicherstellen, dass das auch funktioniert. Und dann war eben die Idee, dass man einen Systemsimulator definieren muss, der dann umgesetzt wird und mit dem dann diese Endgeräte getestet werden können. Und da hat man tatsächlich alles gedacht. Da ging es zum einen darum, dass man die Luftschiedsstelle simuliert, sprich mit den Frequenzen, das waren damals bei GSM, zu Beginn war das das 900 MHz Band, dass man diese Frequenzen vermessen kann, dass man die Dienste vermessen kann, die man eben mit diesem Mobilfunk anbietet. Das waren damals im Wesentlichen Sprachdienste. Also es ging im Wesentlichen darum, dass man mit dem Endgerät telefonieren kann. Das heißt, man musste Sprachqualitätsmessungen machen. Dann musste man die Umgebungsbedingungen simulieren. Man spricht von Mehrwegeausbreitung. Wenn ein Mobilfunksignal von einer Basisstation zu einem Endgerät, dann kommt die über verschiedene Wege an dieses Endgerät. Wie gesagt, man nennt das Mehrwegeausbreitung. Auch das wollte man simulieren. Das wurde dann auch simuliert mit sogenannten Fading-Simulatoren usw. Es gab verschiedene messtechnische Aufgaben und auch der ganze Protokollverkehr, der eben notwendig ist, um eine Verbindung aufzubauen, um eine Verbindung zwischen Basis- und Mobilstationen aufrechtzuhalten. All das wurde vereint in einem Systemsimulator. Und das war damals so, dass der Systemsimulator, die erste Generation, die bestand damals aus vier 19 Zoll-Schränken. Und die waren in der Lage, eben ein solches GSM-Handy zu testen. Und so eine Zertifizierungsprüfung, die beinhaltete damals mehrere hundert Tests. Und so eine komplette Zulassung dauerte circa zwei Wochen. Also das war ein riesiger, oder ist ein riesiger Zeitaufwand gewesen. Und es ist auch heute noch, weil heute ja nicht nur GSM, sondern auch die ganzen anderen Standards mitgetestet werden. Heute gibt es ganz viele verschiedene Frequenzbereiche All das wird heute Punkt für Punkt getestet. Und auch heute reden wir von Testzeiten von ein bis zwei Wochen und zwischenzeitlich in mehreren tausend unterschiedlichen Tests. Genau. Und das Schöne daran ist, ich sage auch ein bisschen aus der eigenen Erwartung her, dass wir, ich sage mal, beim Testen auch das Beispiel negativ testen können. Das heißt, negativ heißt, wie Heinz eben gesagt hat, wir sind der Systemsimulator in der Messtechnik. Das heißt, wir stellen sozusagen das Netz dar und können dann auch mal mit Absicht irgendwelche Fallen stellen oder irgendwelche Befehle schicken an das Device, an der Test, um eben zu prüfen, ob es korrekt implementiert ist. Einfach, um dann den Prüfling unter Stresssituationen zu setzen und zu gucken, wie reagiert er, wie verhält er sich. Eine Frage ist natürlich noch, warum hat man sich damals an Rode und Schwarz gewendet, um den Systemsimulator zu entwickeln? Ja, das ist eine sehr gute und eine sehr wichtige Frage, auch in der Historie von Rode und Schwarz letztendlich. Ich will nicht übertreiben, aber Rode und Schwarz war letztendlich der einzige Systemlieferant und Messtechniklieferant, der die gestellte Aufgabe tatsächlich umfassend zur Verfügung stellen konnte beziehungsweise bereitstellen konnte. Denn zum einen war notwendig, dass man die entsprechende Messtechnik-Expertise hat im Bereich der Hochfrequenz-Messtechnik. Andererseits war es auch notwendig, dass man die notwendige Systemtechnik-Expertise hat, weil man ja mit diesem Systemsimulator nicht nur Hochfrequenz-Messtechnik bereitstellen wollte, sondern wie schon erwähnt, Protokoll-Messtechnik, Audio-Messtechnik und so weiter. Und dazu musste man auch in der Lage sein, ein System zusammenzubauen aus verschiedenen Komponenten und auch nicht davor zurückzustrecken, Geräte von anderen Herstellern mit einzubauen, wenn man das selbst nicht zur Verfügung stellen konnte. Damals war es so, dass es zum Beispiel für Mehrwegeausbreitungssimulation oder Audio-Messtechnik, da hat Rode und Schwarz noch keine eigene Lösung gehabt und hat dann auch kein Problem damit gehabt, eben von anderen Herstellern da was mit reinzunehmen in die Systemlösung. Zwischenzeitlich sind eigentlich alle Komponenten in unserem Typ-Prüfungssystem Rot und Schwarz-Instrumente und heutzutage decken wir quasi 100% der Messtechnik aus eigenen Produkten ab. Und den Höhepunkt oder den krönenden ersten Abschluss habe ich mir angelesen, war dann der 1. April 1994. Da wurden die ersten Handys erfolgreich auf dem GSM-Systemsimulator getestet. Da muss ich sogar noch ein Stück, das war sogar noch ein bisschen früher, tatsächlich wurde 1992 in Deutschland das D-Netz, so hieß das damals, das GSM-Netz praktisch eingeschaltet und das erste zugelassene, also typgeprüfte Endgerät kam von der Firma Nokia, war ein Autotelefon, das konnte man damals für schlappe 3.500 Mark kaufen, also heute, was weiß ich, 1.700 Euro in der Größenordnung. Für Studenten nicht mehr zu stemmen. Genau, und das war so 2,5 Kilogramm schwer, war halt nicht wirklich mobil, sondern man hat es halt irgendwo im Auto eingebaut. Das war tatsächlich 1992, 1994, das war dann das erste E-Netz, sprich GSM in einem anderen Frequenzband, nämlich 1.800 MHz. Wie stolz ist man, wenn so ein großes Projekt erfolgreich beendet wird? Ich sage Ihnen dazu Folgendes, ich war das erste Mal ein bisschen stolz, als der GSM-Systemsimulator im Deutschen Museum aufgestellt wurde. Und damals war ich, glaube ich, Anfang 40 und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, jetzt bin ich erst Anfang 40 und schon steht das im Deutschen Museum, an dem ich mitgearbeitet habe, was soll da noch kommen. Aber letztendlich, das war schon der erste Moment oder einer der Momente, wo ich gesagt habe, ist schon toll, dass man da mit dabei war. Was soll da noch kommen, hat sich Heinz Mellein gefragt und im Laufe seines Berufslebens noch ein paar weitere Mobilfunkstandards erlebt. Genau wie Rainer Stuhlfaut. Und mit den beiden geht es in der nächsten Folge weiter, wenn wir über die weitere Entwicklung von 3G bis 5G und danach 6G sprechen werden. Wenn Sie den Teil mit dem Deutschen Museum spannend finden, in der übernächsten Folge haben wir Luise Allendorf zu Gast. Sie ist Kuratorin am Deutschen Museum und mit ihr sprechen wir über Technikpioniere und welche Rolle Rode und Schwarz dabei gespielt hat. Für heute verabschieden wir uns von Ihnen und freuen uns, wenn Sie für Teil 2 unseres Mobilfunkthemas wieder mit dabei sind. Und? Lust auf Rode und Schwarz bekommen? Dann hören Sie unseren HR-Podcast People Behind Technology für alle Mitarbeitenden und die, die es werden wollen. at more not und und die die und año